Ich wusste schon im Beispiel der Natur, Talents und Jeep, der Termin, um egal wie 4 Uhr verpennt, Leute bilden einen Kreis. Betrete ich die Szenen auf Spieke, ab in 9, vor allem ist jegliche Hygiene, ich denke bei der Sirene. Sie kommen entwicklen mir, fangen an zu rennen, werde dann gestoppt, gefällt sich gezwungen meinen Namen zu nennen. Der Bulli sagt ein Wort und ich fang an zu pennen, die Restbullenwache, weil ich kein Respekt, voll ich zart, hab Ehrensache, egal Wissen. Mein Sounddissen ist wie gegen Lens, Soundpissen, weil ich vorklär, vom Wortwert her bin, ich Literat meile mal nach ihm und so ein Part. Aus der Scheiß-Turbelkarte in Hitler-Bart, der gleich am Assignal-Shit parat, weil ich schon in meinem Twitter war, obwohl mein einziger Sport seit einem Jahr war. Weil bei Fake-Nerkett war der Sprüht, Langschliffer, Angeber und den Ads, natürlich, persönlich kannst du mich hassen, doch mein Rap-Less ist halt einfach aufs Übelste krachen. Illegaler Motherfucker, folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok und Spotify, wenn ich's auch noch hab und Apple Music und bla bla bla. Ja, ja, ja.